Wir machen heute wieder eine neue Tierlist zusammen und zwar ranke ich heute Dark Blend in seiner Stärke, wie er für mich in der Stärke ankommt. Das ist jetzt keine aussagekräftige Liste, wie das allgemein vom Nikotin-Level ist, sondern einfach wie das Nikotin bei mir persönlich im Körper ankommt. Man kann manche Sachen hier anders sehen, wenn man zum Beispiel mehr Nikotin gewohnt ist oder wenn man weniger Nikotin gewohnt ist. Das ist einfach, wie der Dark Blend für mich ankommt, ohne jetzt anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt Sorten, die habe ich nicht probiert. Da wird vielleicht etwas der Chat mithelfen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn euch was gar nicht passt und ihr sagt, oh nee, da hast du aber komplett falsch gelegen. Und das Ganze ist auf Funnel sowie Merloch bezogen. Ich sage dann dazu was. Hört einfach dem Video zu. Es sind auch ein, zwei Sorten drauf. Die gibt es nicht auf dem deutschen Markt. Die habe ich aber trotzdem probiert. Sollte was fehlen, werden wir das vielleicht mitkriegen, ansonsten gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde denn in den Kommentaren sagen, ich finde der ist der Rang, ich finde der ist der Rang Dosage. Dosage paar Mal probiert, ein paar Mal geraucht, würde ich auf Durchschnitt setzen. Man merkt was, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich absolut wegknallt. Vielleicht würde ich ihn auch umändern. Ich muss aber erstmal hier einen Anfang finden. Mixed to Dark Blend fangen wir schon mit einem schwierigen Kandidaten an. Mixed to Dark Blend hat für mich ein Problem. Die Sorten schmecken und man merkt Nikotin. Das Problem ist, der sättigt brutal. Ich weiß, dass es nicht der stärkste Dark Blend ist, den es auf dem Markt gibt. Aber der hat so eine eklige Sättigung, wo du dann drei, vier Züge nimmst und dann habe ich fast fünf Minuten keinen Bock mehr in den Zug zu nehmen. Und das stört mich sogar in dem Mixed to Dark Blend und deswegen rauche ich ihn ein bisschen selten. Eigentlich wäre er für mich Totenkopf. Ich weiß aber, dass mich diese Sättigung eher stört, anstatt dass der richtig flasht. Deswegen würde ich den auf Knall schon setzen. Must Age habe ich auch das Grundproblem auf dem Meerloch, dass er auf dem Meerloch für mich manchmal einfach zu kräftig ist. Da hast du auch einen krassen Eigengeschmack bei. Und Must Age ist allgemein schon ein sehr starker Tabak, weil es das Original aus Russland ist. Must Age wäre für mich Top Tier, alleine, weil ich nicht oft Bock drauf habe. Also vor allem auf dem Meerloch. Auf dem Meerloch habe ich oft keinen Bock drauf, weil er auf dem Meerloch einfach zu krass ist. Teilweise und deswegen rauche ich Must Age selten auf dem Meerloch, weil es mir einfach zu Fälle ist. Must Have Germany ist für mich Durchschnitt, ist halt nicht der originale Must Have aus Russland. Ist ja in dem Sinne die deutsche Produktion, dass man sich so ähnlich orientiert, wie die Sorten sind. Und wäre für mich von der Stärke ein Durchschnitt. Den einen Strong mache ich jetzt noch nicht. Da haben jetzt wahrscheinlich einige darauf gewartet. Wir machen erstmal mit dem Adaya Black weiter. Adaya Black war eine Sorte, die grundsolide stark war. So ein Knall schon. Adaya Black hat früher schon geknallt. Man hat schon was gemerkt. Man hat eine gute Art der Befriedigung gehabt. War so der erste Darkband, den ich regelmäßig geraucht habe. Wir kommen zum Adaya Black Strong. Adaya Black Strong ist das... Es kann sein, dass das die Erfahrung ist von früher. Ich weiß nicht, wie das heutzutage war. Adaya Black Strong war für mich nicht rauchbar. Wenn ich da vor allem an so einen Long London Fock oder so einen Melon Monroe denke. Freunde von mir haben den Gin Mint sehr geliebt. Adaya Black Strong ist für mich ganz oben, sogar vor Must Age. Ich habe selten stärkeres geraucht als den Adaya Black Strong. Vielleicht sieht er das heutzutage anders aus. Weil ich Darkblind mehr gewohnt bin. Aber Adaya Black Strong war... Das hat gar keinen Spaß gemacht. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Irgendwo macht hier jede Sorte ein bisschen Spaß. Auf der Liste, Adaya Black Strong war auf dem Funnel. Ich würde gerne wissen, wie der früher im Meerloch gewesen wäre. Es macht einfach gar keinen Spaß. Adaya Black hat keinen Spaß gemacht. Den hast du angemacht und hast den fünf Minuten später wieder ausgemacht. Weil der einfach... Selbst Adaya meinte selber, der ist zu stark. Blackburn. Und da kommen wir auf den Punkt, ich lasse so ein bisschen den Grundtabakgeschmack mit einspringen. Ich finde, ein Blackburn ist für mich kein Totenkopf. Auf dem Meerloch ist er stärker als auf dem Funnel. Vielleicht ändere ich den nochmal um, aber es knallt mich Must-Age mehr als Blackburn. Was sagt der Shad dazu? Ich möchte da gerne mal eine Meinung vom Shad hören. Shad ist sich etwas uneinig. Shad sagt, ja, Blackburn stärker. Nee, Must-Age stärker. Ich finde beide gleich. Also Shad ist sich auch sehr uneinig. Ich finde das zwischen den beiden echt kompliziert. Weil Must-Age hat im Grundton viel kräftiger. Also du merkst richtig den Grundton. Vor allem auf dem Meerloch mehr. Bei Blackburn geht er richtig geschmeidig weg. Vielleicht ist Blackburn auch so eine Wundertüte, die halt eklig hinten rausknallt. Aber der Must-Age knallt vorne raus. Kommt wahrscheinlich an, welche Sorte man von den Marken raucht. Das kann auch mit reinspielen, ja. Ich sag jetzt mal Must-Age-Career-and-Drum auf dem Meerloch. Oh, das ist schon ordentlich. Blaze habe ich tatsächlich nie auf dem Meerloch ausprobiert. Deswegen ist der Vergleich sehr unfair. Ich kann aber über Blaze eine kleine Story erzählen. Ich habe von Blaze damals mal eine Review gedreht. Das kam nie online. Weiß ich nicht, glaube ich um elf kam das Paket oder so. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich habe den ersten Kopf ausprobiert. Die erste Sorte sollte ein Video werden mit zwei Sorten. Ich habe danach den zweiten nicht mehr probiert und habe mich dann auf die Couch gelegt. Weil es mir echt reudig ging, ohne was gegessen haben, um Blaze zu rauchen. Der alte Blaze war deutlich stärker als der neue jetzt. Den höre ich auf den Chat und sage, das ist Flash. Dann würde ich den auf Flash ranken. Ich hätte den auf Totenkopf, weil ich kenne nur den alten. Vielleicht können wir ja später nochmal umhören. Brusco ist eigentlich kein Dark Blend. Brusco steht aus Hibiskusblättern und hat aber Nikotin drin. Und ich finde, man merkt auch das Nikotin. Das ist für mich eine anfängerfreundliche Sache. Weil Brusco ist an sich ganz lecker. Ist jetzt nicht, ich sage es ja ultra heftig. Kann man aber sich gut geben. Du merkst Nikotin. Es ist nicht ein Prozent stärker als der Gin. Ich finde, man merkt da leicht das Nikotin drin. Es ist aber Nikotin beigesetzt. Ich finde ihn sehr anfängerfreundlich. Weil Brusco hat zwar das erhöhte Nikotin. Der hat aber keinen Grundgeschmack. Also der Grundgeschmack ist Hibiskusblätter. So, das ist kein, vergleicht man Must-Age-Grundgeschmack mit dem Brusco-Grundgeschmack. Das eine ist Coca-Cola und das andere ist Wasser. Du merkst einfach keinen Grundgeschmack. Also Hibiskus halt, aber kein Dark Blend-Grundgeschmack. Deswegen finde ich den eigentlich relativ anfängerfreundlich. Daft gibt es nicht in Deutschland. Daft gibt es aber in der Schweiz. Und wir sind ja hier Mr. Worldwide, Mr. International. Von Daft war ich tatsächlich enttäuscht. Ich beziehe mich jetzt hier auf die Schweizer Version. Daft ist für mich das hier. Ich finde ihn sogar hinter Brusco. Ich kenne ja nicht den originalen russischen. Ich kenne halt nur die Schweizer Version, die ich mal hatte. Da hatte ich zwei Sorten von. Also es gibt Sachen, Sorten, die das mehr können. War auf dem Funnel ausgetestet. Und Darkside-Bass ist Durchschnitt. Darkside-Bass ist für mich der absolute Durchschnittstabak. Der ist auf einem Meerloch ein bisschen kräftiger. Da kommt mir der Grundton raus. Darkside-Core möchte ich hier auch nochmal gerne sagen. Ich finde Darkside-Core schlechter als Bass. Weil Space Itchy ist für mich das beste Beispiel. Wenn ich Space Itchy auf Darkside-Bass rauche, schmecke ich da noch was raus. Auf Core schmecke ich gar nichts. Ich finde, Core macht viele Sorten schlechter. Alleine vom Geschmack. Die Geschmäcker kommen nicht mehr so krass durch. Das war beim Caligrab so. Das war beim Fallingstar so. Das war beim Space Itchy so. Ich finde Core schlechter als Bass. Außer bei Needles, da ist es mir tatsächlich pupsegal. Weil Needles ist so intensiv, dass es egal ist, ob Space oder Core ist. Und ich nehme Needles nur auf, nur zum Mischen. Ich finde, dass es geknallt schon. Man merkt es ein bisschen mehr. Es ist aber jetzt nicht so eine Welt dazwischen. Deswegen ist es auch nur ein Rang höher. Dunja hatten wir mal ausprobiert. Das war eine ganz schöne Suppe. Ist anfängerfreundlich. Sorten fand ich jetzt nicht so genial. War jetzt für mich nicht die Erfüllung. Aino Dark. Aino Dark würde ich vor Darkside-Bass setzen. Warum? Weil Aino Dark mir noch einen Ticken mehr gibt. Und man mehr den Grundtabak auch ein bisschen besser merkt. Nur auf Funnel bezogen. Ich finde, Aino Dark läuft nicht so geil auf dem Meerloch. Element Water. Ein Anfänger freundlich. Habe ich probiert. Einmal den Deutschen. Sollte jetzt der Schild ausrasten und sagen, Boah, Digga, du sagst ja absolute Scheiße zu Element Water. Gerne berichten. Ich habe den leider nur einmal probiert. Element Earth. Earth kenne ich die russische Version und die deutsche Version. Also die russische Version wäre für mich ein Knall schon. Vielleicht sogar ein Flash. Ich würde die Earth-Version einfach nur ein Stück darüber sehen auf Durchschnitt. Ich setze das erstmal so, weil der russische, bei dem Earth, da habe ich schon mehr gemerkt. Den deutschen, den fand ich nicht so prallig. Beziehe mich mal auf den russischen. Funnelo wäre für mich, also man merkt was. Es ist aber für mich nicht Anfänger freundlich. Es ist für mich auch Durchschnitt. Funnelo, vielleicht sogar Anfänger freundlich. Eigentlich müsste ich hierzwischen noch was haben. Das hier zwischen, am Anfang der Teles denke ich mir immer, ja, das passt. Und dann denke ich mir so, ich sortiere erstmal den Funnelo auf Durchschnitt. Element Water im V1 gebaut mit Nagranium 4 Kohlen. Das knallt mehr als Must-Age. Digga, wenn ich Holz da mit Nagranium 5 Kohlen baue, dann knallt das mehr als alles andere. Das liegt dann neben Nagranium und den 4 Kohlen. Heidtobacco. Heidtobacco kommt wieder drauf an, wie du einen baust. Also ich finde, Heidtobacco war für mich, ich habe den auf dem Meerloch ausprobiert. Ich habe den aus dem Funnel ausprobiert. Ich überlege erstmal weiter. Ich setze den erstmal auf Knall schon. Vielleicht ändere ich am Ende etwas um. Ich muss erstmal irgendwo alles stehen haben, dass ich irgendwo eine Peilung habe. Äh, wie ich was irgendwo einschätze. Holzer Noir habe ich einmal probiert und die fand ich nicht geil. Chat, Holzer Noir, müsst ihr mir helfen. Also Marc schreibt, geschmacklich schwach, Gestärke, ja, Durchschnitt. Ich finde, Kismet ist kein anfängerfreundlicher Tabak. Deswegen müsste Kismet alleine eigentlich deshalb auf Durchschnitt. Das Problem, wir reden hier über die Stärke. Deswegen wäre Kismet eigentlich eher anfängerfreundlich. Warum sage ich, Kismet ist eigentlich kein anfängerfreundlicher Tabak? Einfach vom Grundton, nicht das, was gefühlt Anfänger mögen. Aber wo sollte Kismet sonst stehen als anfängerfreundlich? Wir reden hier nun mal über die Stärke. Deswegen Kismet anfängerfreundlich. Nasch. Nasch finde ich ist ein ganz schwieriges Thema. Weil Nasch ist ein Lieben- oder Hassen-Ding. Nasch finde ich lecker. Nasch geht aber safe nicht jeden Tag. Und da haben wir das gleiche Problem wie bei Kismet. Bloß tausend Schrauben nach oben geht. Nasch kann knallen wie Sau, wenn du den wieder auf Highlight raust. Rauchen wir den einfach mal so, wie man normal raucht. Also rauchen wir den jetzt mal nicht auf 20 Kohlen mit Nagrani und Meerloch. Sagen wir einfach Funnel mit Onmo und drei Kohlen oder Meerloch mit Onmo und drei Kohlen. Da wäre für mich der Nasch-Minimum hier. Für mich ist Nasch ein Flash. Ich finde Nasch kann schon knallen, wenn du den fluffig baust. Eine Erfahrung von mir. Funnel 30% den Maracuja reingebaut. Merkt da, dass da irgendwo Maracuja ist. Das gleiche gebaut auf dem Meerloch, Digga. Ich habe nichts anders geschmeckt. Ich habe nur die Maracuja geschmeckt. Nasch ist der Meerloch-Tabak, der grundsätzlich immer in den Meerloch gehört. Und klar, es gibt einen, die sagen, ich rauche nur Mast-Action, ich rauche nur Blackburn auf dem Meerloch. Du kannst beide auch auf dem Funnel rauchen. Da kommt aus beiden Geschmack raus. Aus Nasch kommt aus dem Funnel gefühlt nichts raus. Das ist ein richtiger Meerloch-Tabak. Das ist der Meerloch-Tabak. Deswegen beziehe ich mich mal auf Nasch beim Meerloch ein bisschen mehr. Und da wäre es für mich ein Flash. Odinson ist lange, lange her. Und Odinson wird ich... Da muss der Chat jetzt etwas mithelfen. Odinson wäre für mich laut Durchschnitt. Ja, aber ich bin eigentlich auch der Meinung, da habe ich mehr rausgekriegt als aus dem Kismet. Oder mehr gemerkt als aus dem Kismet. Packen wir mal auf den Durchschnitt ganz hinten. Es kratzt ein Anfänger freundlich. Ich sage euch, ich hätte hierzwischen was gebraucht. Ocean Dark. Man weiß ja, von wem es abgefüllt wird. Warum soll das ein anderer Grundtabak sein als der Einodark? Deswegen steht er halt auf dem Durchschnitt. Der Ocean Dark. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sebero. Ich kann mir vorstellen, dass man Sebero wahrscheinlich irgendwie wieder mit 20 Kohlen und Meerloch und HMD richtig heiß kriegt. Oder richtig stark kriegt. Ich habe aber Sebero noch nie in Stark gehabt. Und das habe ich von niemandem gehört. Toppe Apfel knallt mehr als Sebero. Ja, Sebero ist ein sehr anfängerfreundliches Ding. Damit sollte jeder Sebero anfangen. Ey, da hätten wir die Kategorie Doppelapfel knallt mehr nennen sollen. Doppelapfel knallt mehr. Wäre übel lustig gewesen. Weil das ist wirklich so. Es gibt Doppelapfel, die knallen wirklich mehr als Munch-Wittchen. Sebero schmeckt. Sebero hat eine gute Sorte mit Omsk. Das ist nicht böse meint. Omsk ist eine gute Sorte. Ich finde den Cola lecker. Ich finde den Banane lecker. Ähm, ja. Das ist nicht böse gemeint. Das ist eine geile Sorte zum Mixen. Oder eine geile Marke. Tangious. Ich beziehe mich auf den gelben Tangious. Auf den Standard-Tangious. Ich habe Tangious geraucht. Durchschnitt schon. Wenn du willst, kriegst du aber, dass Tangious dich wirklich durch den Raum tretet. Wirklich. Also die Pfeife nimmt den Schlauch und schlägt dich damit. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Das ist für mich die Tangious-Situation. Du kannst Tangious bauen. Der hält ja vier Stunden. Das ist die eine Situation. Und eine andere Situation war, ich saß hier, die Pfeife stand hier. Der Wind zog so ganz leicht unter dem Kopf lang und hat so leicht die Luft zu mir so gepustet. So aus dem Kopf. So die Grundtabakluft. Und ich dachte mir, Hilfe, riecht das gut. Also Tangious. Wenn du Tangious im Kopf hast, weißt du, dass du Tangious im Kopf hast. Es gibt einige Marken, dass das auch so. Aber bei keiner ist das so wie bei Tangious. Sobald Tangious im Kopf ist, merkst du das, weil der Grundton so eigen ist. Alleine weil Tangious ist so ein Ding, ich sehe den vor den Must-Age. Weil ich bin der Meinung, dass mich ein Kopf mit Tangious auf fluffig im Meerloch mehr durch den Kopf tritt oder mehr durch den Raum tritt, als es ein Must-Age tut. Bin ich persönlich der Meinung. Theo habe ich zu Hause ein paar Mal auf dem Funnel gebaut. Theo habe ich auf so einer kleinen Shisha-Festival in Prag. Wapur, Meerloch. Joa, da kannst du gut was merken. Also da habe ich Sparazio genommen. Ich habe vorher gefrühstückt. Da dachte ich mir, uff, da merke ich jetzt aber schon gut was. Wäre für mich dann auch Durchschnitt, wenn wir Meerloch sagen, ja. Ich schmeiße ihn auf Anfängerfreundlich ganz vorne. Trifecta gibt es nicht in Deutschland. Ey, hätten wir kein TPD. Und Trifecta, ich würde höchstpersönlich Trifecta höchstpersönlich importieren, aber nur eine Sorte. Und das ist der Trifecta Peppermint Shake. Alter, wer hat denn die Sorte, hat das einer mal von euch probiert? Der ist so gut. Der ist so gut. Der ist so lecker. Das ist heftig. Also das schmeckt gar nicht nach irgendwie oder nach cremig oder so. Das schmeckt einfach so wie wie After Eight, aber ein Perfekt. Das Problem ist, Trifecta hat einen Virginia. Trifecta hat einen Dark Blend. Ein Kollege von mir. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn du in Amerika bist, kannst du auch die Virginia-Variante holen. Die Virginia-Variante ist nicht anders. Die kann nicht anders sein. Der ist ja, der knallt einfach gar nicht. Er holt sich die Virginia-Variante. Ich probiere die Virginia-Variante aus. Es ist einfach genau dasselbe. Deswegen ist es für mich ein Prozent mehr als Virginia. Es ist eigentlich eine Frecher, dass ich ihn eigentlich mit nenne, weil da knallt halt gar nichts. Aber der schmeckt. Aeon Dark Blend, beziehe ich mich darauf. Aeon Dark Blend ist die Version, die vor der 25-Gramm-Regel rauskam. Das ist die in den runden Dosen, wo die Pappverpackung drum war. Das ist eine Weile her. Aeon Dark Blend soll jetzt wiederkommen. Wurde angekündigt. Ich weiß nicht, ob es über den gleichen Produzenten ist. Sollte das über den gleichen Produzenten sein und genauso sein, wäre das für mich hier. Es gab schon Must-Age, Must-Have zu der Zeit. Und den habe ich auch gerne geraucht. Aber der Aeon Dark Blend ist der Einzige, wirklich nach einer gewissen Zeit, der mich mal wieder richtig durch den Kopf getreten hat. Ich erinnere mich da an eine Situation. Vielleicht waren einige damals im Stream dabei. Ich habe damals mit Mo von der Aeon zusammen gestreamt. Der hatte den Aeon Dark Blend mitgebracht. Ich habe den da das erste Mal probiert. Ich habe dauerhaft einen Nikotinflash gehabt. Den ganzen Stream durch. Und ich musste mich echt zusammenreißen. Und dann habe ich den auf Funnel geraucht, mal zwischendrin von Mo probiert. Ich den auf Funnel probiert, er den auf Meerloch. Ich habe einfach, obwohl ich schon eine Dreiviertelstunde auf Funnel geraucht habe, nehme drei Züge von dem Meerloch. Ich habe einfach gemerkt, wie das im Meerloch noch mal drei Stufen höher war. Und ich habe zu meinem Flash noch mal einen Flash bekommen. Also ich hatte in dem Sinne einen Nikotinflash in einem Nikotinflash. Hilfe, das hatte ich ja noch nie gehabt. Must-Have habe ich zu der Zeit echt gerne geraucht. Aeon Dark Blend habe ich nicht so oft geraucht, weil der mir manchmal zu heavy war. Focke-A-Law-Dark kann gerne der Chat sagen, wie er es findet. Habe ich nicht probiert. Du findest den Focke-A-Law-Dark. Focke-A-Law-Dark. Stärker als den aktuellen Blaze. Dann packe ich den Focke-A-Law-Dark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Anfängerfreundlichen gemacht haben. Fumari, was machen Sachen? Das ist ein Prozent stärker als Virginia. Ich glaube, die haben den gefühlt gefärbt. Nee, machen wir den auf ein Prozent stärker als Virginia. Ich habe den probiert. Ich habe ja auch zwei, drei Sorten probiert. Es kann wieder am Kopfball liegen. Ja, Fumari Dark Blend ist einfacher. Das knallt nicht. Also da kann ich nicht mal sagen, Anfängerfreundlich. Ich habe da einfach gar nichts gemerkt. Rewashy Dark Live Series ist für mich vielleicht auch wieder bauweisenabhängig. Ich beziehe mich jetzt auf Funnel. Ist für mich ein Knall schon. Also man merkt, dass da was hinter ist. Man merkt schon Kraft. Ich würde aber alles andere, was drunter steht, würde ich trotzdem ein Stück drunter sehen. Also ist für mich auch so ein Knall schon, der Rewashy Dark Live Series. Nameless Dark Nana. Einmal in meinem Leben probiert. Das war keine wirklich sonderlich krass gute Erfahrung. Ich habe aber Nikotin gemerkt. Und deswegen würde ich ihn auf Durchschnitt setzen. Er wäre für mich jetzt nicht der Anfängerfreundlichste. Ihr seht das als Durchschnitt ist auch noch Anfängerfreundlich. Es ist in dem Sinne Anfängerfreundlich Pro. Was sagt ihr persönlich zu Brohood? Habe ich bisher nicht probiert. Was sagt der Chat dazu? Ist der Brohood Nero Dark Blend? Stärke ungefähr wie Kiss Mad. Also Brohood sagt, der Chat wäre Anfängerfreundlich. Für mich wäre es ein nie probiert. Ist ja natürlich besser, wenn wir den Chat dann die Meinung zulassen. Deswegen ist es ein Anfängerfreundlich für den Chat. Also Kaya ist für mich eine Sache. Das war auf der Messe gewesen. Der kommt jetzt bald raus. Das ist nicht Kaya mit Y, die damals die Pfeifen gemacht haben. Sondern das ist Moldavisch-Rumänischer Tabak. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall aus einer der beiden Länder. Wäre für mich ein Knall schon. Ich wette, die kann man safe auch auf Flash bauen. Habe ich jetzt nie wirklich viel probiert. Nur auf der Messe an dem Stand ein bisschen mitprobiert. Und ich habe schon was gemerkt. Es war für mich ein bisschen mehr als Durchschnitt. Und gucken einfach mal, ob es denn vielleicht doch anders wäre. Für mich wäre aktuell ein Knall schon. Ich habe halt nur die Messe-Erfahrung. Blackleaf nicht drin. Blackleaf kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Aber Blackleaf hast du recht. Habe ich aber tatsächlich gar nicht probiert. After Strong Extreme und I know Strong. Es gibt da eine Geschichte, die es wirklich war. Ich habe ja die Prototypen etwas mitgestaltet. Es liefen mehrere Pfeifen I know Strong in dem Raum. Ich habe acht Züge genommen und bin danach rausgegangen und musste mich an die Luft setzen. Das ist Geschichte Nummer eins. Ich war aber auch seit sechs Uhr morgens wach. Und das war auch abends um 21 Uhr. Zweite Geschichte ist, zwei Wochen im Urlaub. Den ersten Kopf, den ich mir hier gebe, ist I know Strong. Den habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht. Den Doppelabfüll davon, weil er mir zu stark war. Dieses Wochenende habe ich mir gedacht, komm, baust du dir nochmal einen Kopf? I know Strong. Ich weiß nicht, was es mit I know Strong ist. Das war auf dem Funnel. Ich habe den nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. I know Strong ist mir rein pur zu stark. Bei I know Strong weiß ich wieder, was es ist, Nikotinflash zu haben. Und jetzt kommt aber das Problem an der Sache. Ist das vielleicht, weil Must Age ich gewohnt bin und I know Strong jetzt nicht so oft geraucht habe? I know Strong hat nichts mit I know Dark zu tun. I know Strong ist auch I know, der auf Meerloch läuft. Ich habe den I know Kokoslosimette Strong mal am High-Heat-Setter probiert. Game over nach 15 Minuten. Das hat so heftig gekitzelt. Kommt für mich auf dieselbe Linie wie Tangious Burley. Auch Marc schreibt, I know Strong fand ich bei Mose easy rauchbar. Dass der stark ist, habe ich erst gemerkt, als ich I know Dark anschließend geraucht habe. Also wirklich, das sind reale Geschichten. Ich finde, I know Strong bumst. Wirklich. Adaya Black Strong war damals unrauchbar. Tangious kannst du bauen, dass er unrauchbar ist. Für mich ist das stärker als Must Age. Da können die Meinungen weit auseinander gehen. Das ist halt mein Empfinden. Ich finde, damit hat man echt was geschafft. Blackburn auf dem Meerloch habe ich hier schon ein paar Mal zu Hause pur easy durchgeraucht. Ganz easy. Rauche ich durch, knallt, aber ist easy. I know Strong kacke ich ja mittlerweile auf dem Funnel ab. Must Age ist so das Ding. Ja, den kann ich schon entspannt rauchen. Da habe ich auch schon das Eklige. Ja, macht euch selber ein Bild. Macht euch selber ein Bild davon. Bei mir war diese I know Strong Erfahrung auf dem Doppelapfel. Das waren alles drei Doppelapfel. Und ich liebe Doppelapfel. Und der Doppelapfel ist richtig gut von I know Strong. Ich kann den nicht rauchen. Und das tut mir so weh, weil der echt gut ist. Sagt ihr ehrlich, I know Strong, ein Doppelapfel fight war heftiger als Adaya Black Strong. Safe call. Weiß ich nicht. Die letzte Sorte, die wir haben, kommen wir erstmal weiter, ist Afsal Extreme. Kenne ich nur den Bombay Nights. Und das gemischt mit Doppelapfel. Ein knallt schon. Was sagt der Shad? Ich finde, der knallt. Also ich finde, man merkt was. Gemischt mit AF. Mehr als bei Dark Side Base auch wieder. Also Afsal Strong Extreme sagt der Shad Flash. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe den halt nur mal mit Doppelapfel gemischt. Soll ein Flash sein. Ich kann ja schon mal überlegen, was sich umändern würde. Kommen wir mal noch zur Umänderung. Umänderungsphase. Also die oben bleiben im Totenkopftier. Würde ich hier etwas ins Totenkopftier machen. Bei Flash würde ich alles so lassen. Das würde bei mir alles bei Flash bleiben. Der neue Blaze soll ja anders sein als der alte Blaze. Deswegen aus dem Shad heraus, der Shad sagt eher, es wäre eher bei Knallt schon. Also Flash soll wohl etwas übertrieben sein für den Blaze. Würde ich bei Knallt so so bleiben? Ich weiß nicht, ob ich hier innen drin eine Sortierung mache, weil da reden wir wahrscheinlich über Prozentzahlen. Ich beziehe mich auf den alten Adaya Black. Sollte Adaya Black irgendwann wiederkommen, kann ich das nicht sagen. Ich würde Adaya Black auf Durchschnitt machen. Dadurch wandert aber der Nameless Dark Nana auf Anfänger freundlich, weil den Adaya Black fand ich früher auf dem Fall stärker. Ich glaube, ich würde ihn hier vorne ansiedeln. Bei Aino Dark und bei Ocean Dark. Also der Adaya Black würde für mich in den Durchschnitt wandern, weil ich weiß, dass zwischen dem Adaya Black und zwischen dem Adaya Black Strong da lagen Welten dazwischen. Deswegen ist er für mich eigentlich ein Durchschnitt, weil das ist weit gewesen. Und ich würde auch den Must Have Germany eins runtersetzen. Ich schmeiß, wir haben ja die Kategorie nie probiert, ich schmeiß den Holzer einen runter. Weil ich hab den Holzer wirklich nie wirklich probiert. Das ist für mich in der Sortierung klar. Hier würde ich sagen, ist der Anfang der Sortierung klar. Nach ihr Ende, was jetzt hier wirklich von wem und wer jetzt hier wen um ein Prozent übertrifft. Beim Durchschnitt würde ich beim Anfang bis dem Base auch so bleiben. Hier hinten weiß ich nicht, wer wen denn im Endeffekt übertrifft oder ob hier doch einer weiter vorne stehen wird. Bei Anfängerfreundlich sehe ich das genauso. Da ist das für mich auch, da wäre Must Have Germany der stärkste von, der könnte für mich eigentlich auch ein Anfängerfreundlichster, äh ein Durchschnitt sein. Ich packe ihn mal ganz vorne in Anfängerfreundlich. Der wäre für mich bis hier so hin auch so alles klar. Ab hier hinten wird es dann schon wieder etwas schwieriger. Und unten bei Ein stärker als Virginia, da ist das schon die richtige Sortierung. Seht Flash nicht als, Bruder, das ist ja nur Flash, äh Totenkopf ist wirklich so, da machst du eigentlich aus. Da kannst du auch ausmachen, so weil du es nicht schaffst. Flash ist so, das hältst du noch aus, dass du aber einen guten, starken Flash. Meine Sortierung mit Hilfe des Chats bei ein paar Sorten. Ich denke, wir haben keine Sorte vergessen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, gerne denn in die YouTube-Kommentare schreiben. Wenn ich irgendwann mal ein halbes Jahr später da rauf gucke, vielleicht sage ich ja zu was an, nee, safe nicht, das war ja absolut falsch. Äh, safe ist Sibero hier oben. Vielleicht kommt das ja in dem Jahr oder so. Denn alle, die das YouTube-Video gesehen haben, dann sehen wir uns bei der nächsten Tierlist wieder. So, ja, ja. Ja. Ja.